Ein bisschen Spaß muss sein, denn ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie die Partygänger sich verstehen, so soll es immer weitergehen. Ironie off, oder? Wenn die Delegitimierer des Staates vom selbigen unterstützt werden. Das Spiel zwischen Räuber und Gendarm, hier zwischen Klimaradikale und der Polizei, geht in Nordrhein-Westfalen denn weiter mit der Party. Mit unschönen Bildern aus Deutschland im Januar 2023. In Lützerath Diesen Artikel kommentierte uns ein Zuschauer. Bei uns dürfen die Wahlberechtigten zwar noch wählen, doch danach bestimmt die gewählte Regierung als Staatsmacht mithilfe der Unterstützung der Medien die Bevölkerung, egal was meine deutschen Wähler dazu denken. Darf sie das als Außenministerin von Deutschland? Genau. H hellarmee Der Untertitelung des ZDF für funk, 2017